Was nicht geht ist, dass Frau Merkel sich für die Einladung von über einer Million Flüchtlinge aus dem arabischen Raum feiern lässt, erklärt, wir schaffen das und dann die CDU sich verabschiedet aus der Verantwortung für eine nachhaltige Integration. Erklärt, wir schaffen das und dann die CDU die Einladung von über einer Million Flüchtlinge.